jetzt geht das spiel wieder los naja das ist bei ihm und wir haben immer gedacht er redet nicht aber ich glaube mittlerweile der redet schon aber das kommt einfach nicht an weil sein internet so am spiel der ist heftig der fliege regelmäßig mal raus irgendwie sein internet da ist ja jetzt so laut ich habe ich auch geste gefolgt aber geil du mit einem lkw fahrt und dann bist du da voll stowd einer das finde ich noch schlimmer als besoffen weil es nicht noch um noch mehr zuckt irgendwie geradeaus fahren ist unmöglich über 100.000 angehen und dann halt jetzt warten bis die ganzen überfälle gemacht haben weil jetzt kriegen wir auf jeden überfall erleben gemacht mehr geld ja ich hab da den ehen sehen da haben sie eh eine million so haben sie geklaut und dann wo sie richtige bank überfallen haben alles klar ist gut flying los mini battle mini battle action ja anbrems wenn ich wo hallo ja ko der ein führte auf gibt sie und dass es wird abgehen soll dann hier eine von sicher schild auf abgeprallt so ein kleiner fetzen explodieren aber egal ob man bei und Motorräder auch der hat gefressen er fährt immer noch weiter ja, Schüpperein Kapkinder wo ist der den Motor, Alter? ich habe den Motor schon in die Fahrerkabine gedrückt er probiert wieder haben wir dann noch viel zu oben ich spreche drüber du wolltest mich flocken da steht ein neuer Mini ja, die verdickt mich schon krallen ja, der ist mit nem grauen hoch und kommt schon in roten runter der Hälfte ist sehr aufwendig boah langsam muss aber Schluss sein äh, ok oh, jetzt löschst du die Körper um die Klappe scheiße scheiße joohohoho uah was war das? warten äh meiner ist zischt schon leider brennt leider brennt ne das ist die Lüftung oh Gott mit der Bodenwelle ist heftig ich hab jetzt perfekten Sturzer da vorne ne 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 mit vorne hat er sich für einen normalen hinrichtet ja da kommt der nicht mehr aus dem Knick ey mein 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 Cabrio doch geht nicht mehr ach doch jetzt oh warte mal hier was lange drückt nach rechts ne ja ne ne bei mir klemmts hehehe 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 oh ja der hat schon Aussetzer oah scheiße nein hehehe wie langsam der nicht ist das lenken ist auch schwierig hat doch der hat nen klemmotor bei mir siehst du jetzt ne mini ist er kaputt eh ich gekennen ne keine mehr jassen ihm meinte ist tot ey yeah bewegt sich ja nicht mehr um eine brennt auch wenn er hoch ja ob es schon fast richtig und jetzt darin Uiih! Yay! Yay! Oh shit, okay! Das lenkt gar nicht mehr, das Auto ist! Ist das down oder was? Das Lenkt gar nicht mehr, das Auto ist down oder was? Das Lenkt gar nicht mehr… Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow. Ja, verpiss dich doch jetzt von meiner Mutter, oder? Oh, wo? Das war meiner. Du Pisser, du entkommst uns nicht. Oh, sind wir böse. Das sind aber alles Geld, ey.